Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute für euch die Kristallregenfontäne von VEB Pyrotechnik Silberhütte. Diese hat auch wieder über 30 Jahre hinter sich. Der Effekt funktioniert immer noch super und ist wunderschön. Wir haben ein Goldregen mit Verwandlung zu einer Silberfontäne. Schreibt gerne mal in die Kommentare wie ihr den Effekt findet und jetzt viel Spaß beim Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare. 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 Schreibt gerne mal in die Kommentare.